Fünf wichtige Änderungen für Rentner im April 2023. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. April 2023 steht vor der Tür, es gibt wieder verschiedene wichtige Änderungen, die auch für Rentner oder für arbeitende Rentner wichtig sein können. Fangen wir einfach gleich an, dann geht es flott hintereinander weg. Erstens, die Rentenerhöhung zum 01.07.2023 steht fest. Am 20. März 2023 hat der Bundesminister für Arbeit und Soziales die Rentenanpassung zum 01.07.2023 mitgeteilt. 4,39% im Westen und 5,86% im Osten führen am 01.07.2023 zu einem einheitlichen Rentenwert von 37,60 Euro pro persönlichen Entgeltpunkt. Das heißt also, die 4,39% und 5,86% sind die prozentualen Rentenerhöhungen in West und Ost. Davon betroffen im positiven Sinne rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner, die eine gesetzliche Rente in Deutschland beziehen. Zweitens, das Gesetzgebungsverfahren wegen der Rentenerhöhung startet normalerweise im April 2023. Die Bundesregierung wird, wie fast schon immer im April 2023, nachdem Hubertus Heil die Rentenwertanpassung verkündet hat, dann die neue Rentenwertbestimmungsverordnung beschließen. Das ist gesetzlich so vorgesehen, denn erst mit dem Beschluss der Bundesregierung zur Rentenwertbestimmungsverordnung für die Rentenanpassung zum 01.07.2023 geht das Gesetzgebungsverfahren los. Es soll ja auch damit sichergestellt werden, dass die Renten neu berechnet werden und dann auch die Rentenerhöhungen bei Ihnen auf Ihr Konto landen. Drittens, der Vorverkauf zum Deutschland-Ticket startet am 03.04.2023. Zum 01.05.2023 soll ja das Deutschland-Ticket für 49 Euro starten. Damit eine günstige Variante, um in Deutschland mit dem Nahverkehr zu fahren. Einheitliches Deutschland-Ticket für 49 Euro. Viertens, die Jahresmeldung vom Chef noch prüfen. Jedes Jahr bis April 2023 erhalten Arbeitnehmer ein Schreiben vom Chef, die sogenannte Jahresmeldung. Die Jahresmeldung ist eine Mitteilung Ihres Arbeitgebers an die Rentenversicherung. Sie enthält Angaben über die Dauer der Beschäftigung und die Höhe des Verdienstes. Die Daten in der Jahresmeldung sind für die spätere Rente, etwa bei Kontenklärung, extrem wichtig und sollten deshalb auf Ihre Richtigkeit geprüft werden. Sie sind natürlich auch wichtig für Rentnerinnen und Rentner, die noch neben der Rente, zum Beispiel neben einer vorgezogenen Altersrente, sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind. Die müssen natürlich auch prüfen, ist das, was der Arbeitgeber dort angegeben hat in der Jahresmeldung korrekt, stimmen die Zahlen, stimmt meine Rentenversicherungsnummer und so weiter und so fort. Und das sollten Sie bitte noch prüfen. Also bis April 2023 muss der Chef Ihnen die Jahresmeldung zusenden, damit Sie das dann entsprechend auch prüfen können. Dann gegebenenfalls auch bei der Deutschen Rentenversicherung oder Ihrem Rentenversicherungsträger intervenieren, wenn es da irgendwelche Fehler gegeben hat. Oder Sie gehen zu Ihrem Arbeitgeber und sagen, hier stimmt was nicht. Aber bitte die Jahresmeldung prüfen. Und last but not least fünftens, mehr Nettogehalt auf dem Konto im April 2023. Zum 1. Januar 2023 wurde der Arbeitnehmerpauschbetrag auf 1.230 Euro erhöht. Festgelegt wurde das durch das Jahressteuergesetz 2022. Nun sind ab dem 1. April geänderte Programmabläufe für den Lohnsteuerabzug anzuwenden, die diese beiden Beträge berücksichtigen, oder die diesen Betrag, diese 1.230 Euro berücksichtigen. Einige dürften dadurch mehr Netto vom Brutto haben und dann auch höhere Löhne auf ihrem Konto landen. So, meine Damen und Herren, dies waren ganz kurz und knapp die fünf wichtigsten Änderungen, die ab April 2023 für Arbeitnehmer und Rentner gelten können. Sicher, wie immer, gibt es noch andere wichtige Änderungen, die Sie vielleicht auch interessieren ab April 2023. Wir aber als Rentenberater und Sozialrechtler erfassen nur die Änderungen, die sich unter anderem mit dem Thema Rente und Sozialrecht befassen. Näheres zum Thema finden Sie auf www.rentengescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Ich wünsche Ihnen einen neuen hier. Ich wünsche Ihnen einee. Ich wünsche Ihnen viel mehr, die ihr euch ein paar Bereiche anerkannt. Ich wünsche Ihnen eine Reise an einem anderen Seite. Und dann können Sie das auch noch einmal und zur Verfügung stellen.